Willkommen wieder mal aus meinem geliebten südlichen Waldviertel. Ich befinde mich in der Gemeinde Altstetten, unweit von Pöbring, wo ich Land- und Forstwirten ein knapp 20 Quadratmeter großes Grundstück anbieten darf. Das meiste davon ist landwirtschaftliche Nutzfläche, ein kleiner Waldanteil ist auch dabei, man sieht sie im Hintergrund. Ich werde versuchen, auf der Drohne es so gut wie möglich einzufangen, darf aber in einem Fall wie diesem, wen wir darum bitten, sich genau den Katasterplan anzuschauen, damit Sie wissen, welche Flächen es sich handelt. Ich hoffe, dass wir wen aus der Gegend finden und lasse jetzt die Bilder für sich selbst sprechen. Ja, das war es auch schon wieder von der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Pöbring in der Gemeinde Altstetten. Ich würde mich freuen, wenn sich hier wer findet, der diese knapp 20.000 Quadratmeter erwirbt. Selbstverständlich kann das auch weiter verpachtet werden wie bisher, aber mehr dazu nach schriftlicher Anfrage bei mir, wenn wir telefonieren und uns mitunter schon einen Termin vor Ort ausmachen. Mein Name ist Reinhard Lindbacher, bin von Reifersneemmobilien, freue mich sehr über ein Kennenlernen, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und verabschiede mich von Ihnen mit einem herzlichen Auf Wiedersehen.